Oder wir können uns hier einfach in die... Ich hab hier... Könnte es funktionieren, wenn ich mich hier einbeutel? Scheiße, nee, geht nicht. Okay. Kommst du zu mir, wir müssen schauen, dass wir zusammenbleiben. Wo bist du? Ah, der Regen macht mir nix. Mir macht der Regen nix. Und dir? Bis jetzt auch nicht, aber der Sturm kommt ja erst noch, ne? Wenn du oben rechts mal hinschaust. Ja, Regenschauer steht bei mir, nicht Storm is incoming. Nur Regenschauer. Bei mir steht Storm incoming. Jetzt steht Regenschauer. Aber weil wir genau an der Grenze zu den Biomen durchgehen. Du Junge, ich bin hier ein bisschen... ...mit F am rumdügeln, ne? Das ist sehr gut. Das Problem ist jetzt, ich kann nur noch 30 Kilo tragen, ne? Das ist viel, 30 Kilo. Ey, Junge. Lol. Was macht denn hier überhaupt so viel? Ähm, ja, wenn man halt Steine... ...über 60 Steine mittragen hat. 18 Kilo. Oxid. Ich baue mal kurz. Ja, ich auch. Ich habe auch mal 60 Kilo Steine und Holz bei mir, ne? Also, läuft. Läuft. Ohhhh. Gäbe es. Wenn es geht, will ich dann gleich noch... ...ne Feuerstelle bauen. Äh, ne Feuerstelle bauen. Ja, so ein... ...kannst ein kleines Ding bauen. ...kannst ein kleines Ding. Ich glaube, das muss wirklich zu sein, ne? Ja. Sechs verfügbare Punkte. Was sollen wir hier noch alles anschmeißen? Was hast du zur Auswahl? Holzfackel. Ein Kühlverband, ein Hitzeverband, eine Schiene. Hitzeverband wäre nicht schlecht. Eine Schiene wäre auch nicht schlecht. So ein bisschen Medic-Zeugs. Also, ich habe kleine Holzkiste, mittlere Holzkiste, Oxidator. Seil habe ich nicht. Das wäre was. Kann ich gar nicht. Dann habe ich Holzboden, Holzboden. Warum kann ich das nicht? Ah, Lederzerkleinerung brauche ich. In der Technik-Talenten-Dingsbums. Oh, ah, das bedeutet, man kann nicht alles. Man muss gewisse Talente machen. Dann macht es Sinn, wenn du Leder zerkleint. Irgendwo ist die? Ja, genau die Frage hier. Habitation, sehr wahrscheinlich. Werkzeuge Reparatur. So, Storm is incoming. Aber ich glaube, Storm ist vorbei, ja. Ja, wir können weiter. Nein, wir können noch nicht weiter. Nee, jetzt siehst du da oben rechts, ne. Geht noch zwei, drei Minuten. Und so weit das ist, äh, wurschtlich mal ein bisschen rum. Willst du was Futter haben? Ne, du hast ja von, äh, zehn von, gefühlt zehn von mir, ne. Äh, nicht Futter, ich brauche Dingens. Sauerstoff demnächst. Oh, äh, können wir das hier bauen? So ein... Oxidator, ja. Ja, ich habe nämlich ein paar dabei. So, 35. Stimmt, ich habe Oxidator, ja. Ich brauche aber Knochen und Leder. Hm, doof. Wie viel Oxidator? Was, dann, 35. Gib mal die Hälfte. Ich konsumiere halt jetzt so den Stein. Jo, jo. So, bleib, weiter geht's. Soll ich es hier lassen mit dem ganzen Feuergedünsel? Äh, ja. Okay. Aber dann leg mal ein paar Steine weg. Oder mach Stein... Nee, Steinfeine kann nur ich machen. Äh, wir müssen zu ihr. Oh, Wolf. Wow. Perfekt. Tot. Heuten, wegen Leder, wegen dem Oxidator da. Ja, wir haben viel zu viel Fleisch. Ich habe jetzt 110 Leder übrigens. Äh. Ah, dann hätte ich einfach dich fragen können. Wegen den Knochen, den bitte... Äh, zerkleinert mal die, äh, den... Das Knochen, äh, das Skelett, weil die Knochen brauche ich auch für den Oxidator. Äh, wie das? Und jetzt ist die Frage, wo ist die Scheiss... Mit dem Messer? Mit dem Messer musst du einfach draufkloppen. Achso. Ah. So kriegt man Knochen. Okay. 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 Äh, da oben bist du, ne? Ja, aber wir gehen Richtung I. Und dann machen wir kurz irgendwie den Oxidator. Cool. Ich habe jetzt nur noch 50 Kilo. Stimmt. Ich habe mich stark... Äh, warte mal kurz. Hier war doch was. Ja, Oxid habe ich gefunden. Perfekt. Jetzt irgendwo ein Wolf. Boah, den kann man auch häuten, ne? Finde ich gut. Finde ich super, dass man den häuten kann. Äh, äh... Ja, wir gehen Richtung Wolfsgebiet. Übrigens, so um halb zwölf spätestens fertig, ne? Hast du Zeit und so. Also, oh, da unten ist Wasser. Perfekt. Ich habe noch einen, äh, Hase umgenietet, ne? Perfekt. Ich müsste mal wieder ein Blaugerfeuer posteln hier. Also, ich gehe jetzt mal zum Wasser für trinken. Wo du sein... Oh, äh... Ja, ich sollte in den Westen gehen. Ich bin so schlecht mit Pfeil und Bogen. Oh, nochmal. Ach, mal 1000 Fasern habe ich mittlerweile, ne? Geil. Nein! Boah, oh, Junge. Äh, bitte bauen Sie sich, äh, ein... Ich will zum Wasser. Wo bist du? Ich will zum... Ich will zum See. Guck auf die Map. Ja, ja. Oh, oh. Ja, dort baue ich das schnell. Okay, Till, ich gebe Vollgas. Hast du Holz dabei? Äh, ja, müsste sein. Oh, oh. Wenn der Blitz uns trifft. Hallo? Irgendwie schon angenehm, dass wir so Nein, ich habe gar kein Holz mehr aber Stöcke habe ich Okay Ich trinke gleich mal einen Schluck Wasser Oh Das Dach geht glaube ich kaputt Ja, wegen dem Bretter Deshalb muss ich mir jetzt einen Hammer bauen Dafür brauche ich Steine, hast du Steine? Ja 20 Stück reicht das? Hä? 20 Stück reicht das? Ja Herstellung einen Hammer Zum Glück ist der Sturm gleich vorbei Oder nee Die Seiten brechen auch durch Deshalb müssen wir nachher alles aus Holz bauen Weißt du Nicht mehr auf Stroh Ja Kann ich den auch? Also wenn du Punkte hast, die du brauchen kannst So ein Hammer ist gut Weil dann können wir zu zweit immer reparieren Wow Das ganze am Anfang Reparaturholzhammer So habe ich Äh Zu wenig Steine Also ich stelle mal kurz für einen Oxidator Ich brauche Fasern, Ledern und Knochen Wie viel Leder hast du? Leder 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 Hundertzehn Perfekt Gib mir mal 30 Ich gebe dir Capat können Hunderters Deck fertig und Knochen brauche ich auch noch wo sieht man die Fasern Hä? Habe ich denn das? Fasern, Fasern Kakao, Fasern Stock, Steinpfeile Fasern, irgendein scheiß Messer Fasern, Fasern, Stock Weizen, Lilie, Waldbeeren Fasern, Felle, Knochen 70 Stück Hier im Stein drinnen blöderweise Passt, danke Herstellung, dann hier zweimal herstellen diese Ah, verbraucht das Reparieren irgendwelche Ressourcen Glaube Ja Fasern, Junge ich kann hier Ja egal So Ich bahre mal zwei davon Also der zweite der kommt Da ist er So Ich bin wieder voll geladen und bereit für Das Tatsächlich kann ich Das Fleisch geht zu Neige Und hier, also ne zu Neige Das Problem ist eher Nicht das Fleisch geht zu Neige, ich hab zu viel Fleisch Hm So Jetzt müssen wir nach oben Ja Wie viele Pfeile Wie viele Pfeile habe ich noch Ich sammle mal ein bisschen Steine für Pfeile Mhm Dass wir safe sind Die kann er nicht herstellen, ne Äh Holzspeer, Knochenspeer Ah hier, Holzbogen Ein Leuchtfeuerpfeil Ja genau Was brauchst du für die Leuchtfeuerpfeile? Äh Stufe Level 20 Ne Äh Noch gar nicht Nix Ah, einfach Bogen, Steinpfeile, Knochenpfeile Ja etwa 4 oder 5 Punkte 50 knapp Ok Ich mach mal so 3, 4 Stacks Du bist jetzt bei Holzsachen, ne? Ja Genau Holzbalken, Holzboden, Holzwand Holzdach, ne? Ja Stroh kann man eigentlich überspringen, so gesehen Ja